So, hallo miteinander. Ich bin heute Abend hier. Meine Kinder, also mein Sohn ist auch schon unterwegs. Bekannte von ihm ist auch schon unterwegs. Ich muss schauen, dass ich hier jetzt vorwärts geht. Wie ihr ja wisst, ich arbeite mit einem Wespenberater zusammen von Deutschland. Und ich war gestern bei ihm und er hat mir gesagt, David, diesen Spray, wenn du dir diesen auf die Hand tust, kommen dir keine Bienen auf die Hand. Ich werde das heute Abend testen und ich werde jetzt Jan sagen, Jan, ich hoffe einfach, du hast mir die Wahrheit gesagt. Wenn nicht, dann sei froh, dass du so weit weg wohnst. Ich werde mich nachher wieder melden beim Bienenvolk. So, ich bin hier die Probe bereit von meinen Bienenvölkern. Ich werde jetzt den Spray ausprobieren. Der Spray heisst übrigens, wenn ich den hinspritze, sollte mir da keine Bienen drauf kommen. So, ich werde das jetzt ausprobieren. Händscheine abgezogen. Und die nackte Hand ist hier. Oh nein. Ja, ich sage nochmals, ich hoffe, du hast das Recht. Meine Hand ist eingespritzt. Und ich werde jetzt diese Hand die Bienen oben hinlegen. Gut. Jetzt mache ich zum 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 zum. Jetzt geht es hier. Die Bienen sind neue Sachen. Und siehe da, meine Hand ist frei von Bienen. Ich habe keine einzige Bienen auf der Hand. Und das ist ein tolles Gefühl. Das ist 35 Grad warm. Man merkt es richtig. Und man sieht, dass Bienen eigentlich nur eins wollen. Und zwar in Ruhe gelassen werden. Aus solchen Imkern, wie es der Hablitzel ist. Jetzt mache ich das Volk wieder zu. Ich sehe, dass alles in Ordnung ist. Der Test war erfolgreich. Danke vielmal Jan. Für den Tipp. Es hat wirklich funktioniert. Ich werde jetzt ohne Handschuhe weiter arbeiten. Weil ich sollte noch ein paar Sachen machen. Und es funktioniert also wirklich top. Ich lasse jetzt gerade nochmals das Video durchlaufen. Wenn ich die Hand reinhebe tue. Mit dem Sprühmaterial, das ich drauf tue. Funktioniert also einwandfrei. Und ich kann es nur jedem empfehlen, der Angst vor Bienen hat. Wovor Wespen Angst hat. Wobei ich muss sagen, bei Wespen habe ich es noch nicht ausprobiert. So. Und ich arbeite jetzt einmal ohne Imkerhandschuhe weiter. Und wünsche euch einen schönen Abend. So. 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 Und ihr habt ihr alles dazu gemacht ge grasses. Genau. Okay. Aber ist noch nie gewesen? Wow! Wow! Das ist noch nicht so!